Man kann den Dieter nicht in zwei Worte fassen, es geht nicht, es ist zu komplex. Eine Beschreibung von Dieter Schwart ist tatsächlich gar nicht so einfach. Einen sehr offenen, sehr intelligenten, neugierigen, fokussierten und gleichzeitig offenen Kunstliebhaber. Jemand, der beständig am Suchen ist. Dieter Schwart ist für mich eine absolute Ausnahmeerscheinung, nicht nur in der Schweizer, sondern auch in der europäischen Museumslandschaft. Dieter Schwart ist von staunenswerter Schaffenskraft, Produktivität, aber auch Gratlinigkeit, Feinsinnigkeit und Konsequenz. Ich kenne keinen Museumskollegen, der so unberührt ist von Moden, Zeittendenzen, Hypes. So gesehen ist sein Haus eine Art Insel der Glückseligen. Dieter Schwart ist ein guter Freund geworden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, vielleicht 20 Jahre. Es kann aber auch länger sein. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der kein Handy hat. Und immer wenn man sein Büro jetzt anfunken will, kommt er um die Ecke. Also es gibt eine intuitive Verständigung, Telepathie. Er hat uns eben die Ausstellung gezeigt, die doch sehr umfänglich ist und es sind so viele Raritäten dabei, dass man das gar nicht vermitteln kann. Also man muss sich da viel Zeit nehmen, um seine Sichtweise zu erkennen. Also alle anderen machen flashy Verkehrszeichen und große, laute Behauptungen und er macht es eben ganz anders. Wenn man über die Prägung durch Dieter Schwarz des Kunstmuseums Winterthur reden muss, muss man natürlich ein wenig vorausschicken, dass man erstmal hier auf einem Fundament weiter gesammelt hat, das natürlich durch die Reinhardt Stiftung und durch die großartigen Bilder, die sich in dieser Stadt befunden haben, auf einer Stufe anfängt, die selten irgendwo anders erreicht wird. Und dann ging es natürlich darum, diese Sammlung in die Moderne oder in die Neuzeit fortzusetzen. Und das muss ich sagen, ich kenne keinen anderen Museumsmann, der das mit solch einer Bravour gemacht hat. Und ich denke, dass das Museum eines der wenigen ist, was nach dem Zweiten Weltkrieg so qualitativ hochwertige Werke der zeitgenössischen Kunst gesammelt hat. Es war 2011, als Dieter Schwarz auf mich zugekommen ist. Und es ging darum, im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums des Galerievereins einen grösseren Ankauf für das Museum zu tätigen. Der Vorstand wählte Richard Deacon aus. Hier habe ich eine sehr enge Zusammenarbeit mit Dieter erfahren. Und das war für mich eigentlich das schönste Eingangsgeschenk nachher als Präsidenten für den Galerieverein. Es freut mich sehr, dass die Skulptur heute hinter mir steht und einen wichtigen Außenplatz vor dem Museum bekommen hat. Musik 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 Vielen Dank.